So, let's go. Ihr seid auch schon am Stissel, oder wie? Na, aber hallo. Ich bin schon am Sammeln. Wie, ihr seid schon am Sammeln. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Ich bin nach links. Ich bin nach rechts. Aha. Ich sehe euch nämlich nicht auf der Map, trotz der Icons. Stimmt. Hast du die auch aktiviert? Ja. Ich sage es gerne nochmal. Es stand auch drin, dass sie eigentlich nur von Serverhausen funktionieren. Aber das heißt, sie müssten für einen Arteblaster funktionieren. Ja, ich sehe es aber nicht. Vielleicht bist du auch einfach nur blind. Wer weiß. Vielleicht bin ich auch einfach auf einer anderen Map als ihr. Was ziemlich ärgerlich wäre. Wenn du so empfindest. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sammle hier gerade auf jeden Fall fleißig Bären und so Zeug. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber fleißig Holz. Ja, das kann ich jetzt auch. Haben wir eine Axt gebaut. Ah ja, jetzt sehe ich... Wer ist das hier eigentlich? Drexer, was spielst du? Ich spiel Timo. Ah, das ist Timo. Okay. Jetzt werfen wir uns eh dann irgendwann wieder im Portal, oder? Ja, hoffe ich doch. Ja. Ich habe Wollmloch. Cool. Na, ich habe mich wieder auf jeden Fall ganz klassisch für Willow entschieden. Ein True-Toon. Das werde ich über Ihnen erreichen. Auf jeden Fall bin ich friedlicher Buddhist. Ich werde es nicht töten. Friedliche Buddhisten mag ich nicht. Ah, da hat er gehaust. Ich sehe schon, ich sehe schon. Da sind die ganzen Gräser weg. Aber die Karotten hat er hier zurückgelassen. Was wäre? Ein Draxer. Ich? Ja. Oh nein, jetzt fängt es an zu regnen. Warum siehst du mich überhaupt und ich dich nicht? Das finde ich voll gemein. Ich habe dich gerade mir vorbeilaufen sehen. Bist du nicht vorbeigelaufen? Du bist jetzt da, warte, ich komme. Da bist du. Ach, Tatsache, da sieht man es dann auf der Map. Aber nur wenn man sich sieht. Ja. Ja, wenn man in der Nähe ist, soll das eigentlich funktionieren. Was, das wird schon dunkel? Oh oh. Dämmert schon, ja. Das ist Dämmerung. Es ist ja nicht dunkel. Ja, nee, aber das ist der Beginn der Dunkelheit. Das ist doch noch stundenlang dämmerig. Stundenlang dämmerig? Ja. Also ich habe genug Zeug für Lagerfeuer, ne? Allerdings nicht für Feuerstelle. Stein fehlt, ja. Ich habe nämlich gar keinen Stein. Hat irgendjemand schon Stein gefunden? Nö. Äh, nein. Nur, nur, nur Flint. Ah, nee, Iwerflauer möchte ich gerade nicht. Ich muss nicht immer Karotten stehen lassen. Stehen auch noch ein paar hier rum. Ja, auch gerade viele. Viele, viele. Viele, viele, viele. Oh, H2O. Okay, die Texte sind auch gleich. Das ist aber schön. Da habt ihr die auch gerade gekriegt, ne? Ja. Okay, was... Hey, Green Mushroom. Was ist eigentlich unser Ziel? Außer Überleben? Überleben. Nicht verhungern. Also, primäres Ziel ist nicht verhungern, ja. So, ich spreche doch mal auf Richtung Tor. Ja. Ja, ich nehme mal noch ein Karöttchen mit. Und ein Sapling. Und noch ein paar Flowers immer, die um den Wichs herumliegen. Und Samen sind auch wichtig. Ja, wobei Blumen pflücken ist ja noch nicht so richtig notwendig. Wir sind ja noch ganz gut bei Sinnen. Ja, das ist richtig. Aber ich hätte gern so ein Blumenmützchen. Ach so, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das steigert natürlich auch die Laune. Ich habe ein paar Steine gefunden mit meiner durchnässten Witzhacke. Sehr gut. Okay. Bist du eigentlich Wolfman? Nein. Ich bin Wukum. Wir sollten auch schauen, dass wir gleich wieder Nahrung irgendwie anpflanzen, oder? Wir brauchen halt das zum Mal. Mhm. Dumm. Genau. Ja, 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 schon. Das war's, ja. Jetzt ist meine blöde Axt kaputt. Mit der blöde Maulwurf hat mir der jetzt hier... Oh, wird's gleich dunkel. Ja, den Flint geklaut hier. Ich mache mal ein Lagerfeuer. Dankeschön. Sehr schön. Nein! Ich habe dir meine Bären gegeben. Selber schuld. Macht doch sowas nicht. Kannst dann gleich die Kochtür haben von mir. Ja, kein Stress. Ist nur immer blöd, wenn zwei am Lagerfeuer stehen und kochen wollen. Gleichzeitig funktioniert es meistens natt. Ja, allein, weil man selber ja immer so halb schon im Feuer drin steht. Ja. Ich lasse mein Zeug einfach da hoch. Das kannst du natürlich tun. Ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob gekochtes Zeug tatsächlich nahrhafter ist. Ja. Ja. Ja, kannst du ja auch im Wiki nachgucken. Äh, Wiki, Wiki, äh, Popiki, ne. Wenn man was wissen will, dann komm halt nach, ne? Ja, wieso? Dafür hat man doch Freunde, die das wissen. Och, ein schwerer Tag. Geh mal vor eure Dinge ins Stein suchen. Ja. Ihr habt aber unten auch gar keinen Stein gesehen, oder? Also links unten ist irgendwann Wasser, also nein. Hör dir vor, rechts ist auch irgendwann Wasser. Halt. Nimm mich mit. Äh, ich pflanze dann gleich mal ein paar Bäume an hier. Habe ich auch schon gerade drei hängen geschmissen. Wo hast denn du die hingemacht? Knapp südwestlich vom Tor. Hm. Ah ja, genau. Okay. Dann pflanze ich die nämlich auch hier. Dann haben wir die nämlich immer so an einer Stelle logistisch betrachtet. Äh. Hier ist denn auch keine. Also ich bin jetzt inzwischen auch schon wieder rechts, nachdem ich auf Wasser gestoßen bin. Sowas blödes aber auch. Blöd, blöd. So. Hey, ich freu mir. Also, birch not. Mhm. Gerade, dass man die Karte ja auch wieder nicht teilt. Ja, aber das scheint ja derzeit broken zu sein. Mhm. Sämtlichen Wands, die man so findet. Okay. Och, komm schon. Mir wird's doch wohl irgendwo scheiß Steine geben. Hey, Rocks. Haha. Muss bloß, äh, ein bisschen rumflugen. Dann geht das. Ja, aber das war halt einfach nur... ...ein Häufchen. Oh. Oh, cool. Oh, was? Erzähl mir mehr. Hahaha. Ähm. Ich habe hier Steine gefunden. Sehr gut. Ich höre hier gerade ein Bierchen. Ja, die habe ich vorhin auch schon gehört. Au, ja. Und die hat mich gestochen, die Sau. Hihihi. Hahaha. Hahaha. Tatsache, ich habe aus. Steine. Oh ja, hier sind auch Steine. Geil. Ich habe Gold. Jetzt bräuchte ich bloß... Jetzt bräuchte ich bloß diese blöde Pickaxe. Die kann ich mir gerade noch nicht bauen, weil mir Flint fehlt. Weil den einen Flint hat mir der Maulwurf geklaut. Der Maulwurf hat dir Flint geklaut? Hier. Du lässt dir von einem Maulwurf Flint klauen? Jupp. Ich dachte mir... Das würde ich jetzt eigentlich nicht so offen zugeben. Ich dachte mir einfach, der arme Tropf, weißt du, sieht eh nix. Sieht eh nix und lässt ihm doch den Flint. Zum Glück habe ich gerade noch zwei Pickaxe gefunden. Die erste ist nämlich gerade kaputt gegangen. Hehe. Guter Mann. Ähm, was war eigentlich mit diesen blöden Blumen? Also dieses Evil Flowers? Wenn man die gepflückt hat, ist man irgendwie... Aber du warst ein bisschen verrückt, wenn du es pflückst. Cool. Lass nicht bleiben. Und tatsächlich wird auch gerade so ein Maulwurf, äh, ein Flint vor der Nase weggeklaut. Ja, ne? Die tun das. Frechheit. Ja, würde ich jetzt aber so... Immer wieder zurück Richtung Tor. Würde ich jetzt so offen, aber nett zugeben an deiner Stelle. So, ich habe Stein genug für Feuerstelle. Soll ich eine bauen? Ja, gerne. Und so. Ja. Ja. Ich habe auch Gold genug für eine Wissenschaftsmaschine wahrscheinlich. Wunderbar. Cool. Wahrscheinlich. Ja, notfalls, ich kann noch Gold mitbringen. Ich habe auch noch... Ich glaube, ich bin in dem... Also Gold habe ich genug. Ich habe sechs Stück. In der Wüste da gelandet. Wahrscheinlich, das weiß ich. Aber... Das ist vielleicht die, die ich vorhin ein bisschen geärgert habe. Hier ist eine blöde Kröte. Oh, das erinnert mich wieder an den Krötenregen, den wir da mal hatten. Oh, irgendjemand sollte vielleicht ein bisschen Holz mitbringen. Ja, habe ich genügend am Start. Ich komme. Gut. Ich werde von einem Frosch verfolgt. Oh, jetzt haben wir so ein langer Vogel. Iks, lass mich in Ruhe. Wir haben halt diese Bienesurgen und Vermöbeln, wenn ich sie finde. Jupp. Ich finde sie nicht. So, da ist die Feuerstelle. Soll ich schon Holz reinpacken? Ähm, noch Dämmer, da haben wir also zu. Ja, dann nimm mal, dann hast du auch eins. Ich glaube, wir haben ja gerade schon wieder zwei ausgeglasen. Okay, danke. Hm, hm, hm. Ach, blöder Vogel. Ah, geil, die Wissenschaftsmaschine. Ja, sehr gut. Hm, hm, hm. Na ja, du kannst ja irgendwann sogar auch den, den Dingens, das Rossiermesser brauchen. Eventuell, ja. Oh, geil, ich kann mir einen Rucksack bauen. Nachdem wir einen Rucksackslot haben. Spricht nichts dagegen. Ja, stimmt. Perfekt. Wo ist denn der drinnen? Was kann man den bauen? Ähm, er ist unter Survival und du brauchst vier Gras und vier Stecken. Hm. Oh, ich könnte mir auch einen Kompass bauen. Oh, ich könnte eine Trap bauen. Ich baue mal zwei Traps oder so. Äh. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Holzhacken hier, mit dem das echt wächst wie Gras. Mhm. Die sind alle eingestürzt, diese Hasenlöcher hier, ne? Scheiße. Braut ihr eine Schaufel? Könnte ich machen, aber ich bin mir sicher, dafür brauche ich auch Flint und Flint habe ich nicht. Dann komm her, ich habe. Ich eile. Sowohl Flint wie auch eine Schaufel. Okay, ich packe mal Fuel hier rein, schnell. Ja. Ja. Sind sie denn jetzt? Ja, sind sie. Wie war das mit? Shift. Hm? Äh, was ist Splitten? Ah. Ist ja da. Rechtsklick, ne. Rechtsklick ist Essen. Bitteschön. Dankeschön. Gehört, ein Klick. Oh, I'm so hungry. Dann soll ich vielleicht mal was essen, ne? Äh, jetzt habe ich keine Saplings mehr, verdammt. Na gut, am nächsten Tag dann. Wo ist eigentlich Traxa? Sag ich dir nicht. Mhm. Versteckst du dich schon wieder? Mhm. Aber hallo. Wollt ihr uns suchen gehen? In dieser Dunkelheit? Ne. Gar keinen Fall. Warum nicht? Hä? Wie jetzt? Du hast übrigens einen sehr coolen Helm. Danke. Meinst du unter meinem Strohhut? Ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Hm. Okay, es wird Tag. Sehr gut. Ähm. Ich brauche jetzt unbedingt mal schnell zwei Sublinks, damit ich mir eine Schaufel bauen kann. Mal gucken, wo wir da was finden. Ist alles abgeholzt hier, Mann. Da waren zwei Jungs ganz schön fleißig. Ah, hier mal ein. Ja, war ich. Hä? War das denselben Gedanken? Ja. Sehr schön, sehr schön. Cool. Wir arbeiten gut zusammen, ich sehe schon. Mhm. Und wir sprechen uns richtig gut ab. Ja. Ähm. Was hast du in deine reingepackt? Noch nix. Ich wollte warten, was du in deine reinpackst. Was macht er denn schon wieder? Wir haben beide eine Kiste gebaut. Ja. Ach komm, da kommen jetzt jeden mal, ich sag mal Metalle kommen rechts rein. Und Steine und so ein Kack. Hört sich gut an. Bin ich voll dabei. Links kommt was zum Essen rein. Halt, schau, wo es. Ah, Science Machine, okay. Kann ich eigentlich irgendwo ampflanzen einfach nur, oder? Ja. Ey, Wilson, du siehst schwach aus. Möchtest du n Speer haben? Klar. Ja. Hört sich an. Mucha's. So, ich gehe jetzt mal ein paar Lasenlöcher her. Äh, Nasenlöcher ausheben. Hasenlöcher meine ich natürlich. Ja, ja, mach das mal. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Hallo. So, ich habe jetzt hier auch mal drei so Pilze aufgestellt. Keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht so. Ich sage jetzt mal in die linke Kiste, sobald sie wieder frei ist, meine zwei electrical Doodads ran. Doodad? Da, nimm. Die wir irgendwann brauchen, um noch mehr silencen zu können. Oh, wieder am Ding vorbei hier. Damn it. Scheiß Hasen. Oh, dann kommt mal der ganze Mist, den kein Mensch braucht in meinen Rucksack. Hasenjagt. Jetzt habe ich ihn. Hahaha. Rixau, murder. Murder, death, kill. Ja, Mann. So. Dann haben wir hier noch. Jetzt müssen wir bloß den Hasen auch noch irgendwie hoch treiben. Yes, got him. Ähm. Mal ganz kurz murdern. Mh, wunderbar. So, ich glaube, ich baue mir auch mal eine Kiste. Damit man hier ein bisschen auslagern kann. Oh, was sind das hier für schöne Pilze? Meine. Was macht man denn mit denen? Schippt mal hier durch. Willst du dir jetzt noch mal eine extra Kiste bauen? Weil du nimmst halt einfach wie wir auch dieselbe Kiste. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht hatte jeder so seine Private Chest. Das sind Kommunisten. Wir haben sowieso, wir haben noch keine Nahrungskiste. Wäre also ganz sinnvoll, wenn wir da noch eine bauen würden, oder? Ja, aber vielleicht warten wir da auf der Große, ja. Können wir die noch nicht bauen? Weiß es nicht. Ich hatte nicht genug Blätter, glaube ich. Waren wir mal, wo ist denn die Chest drinnen? Survival? Nee. Science. Nee. Hier? Chest. Science. Ja. Haywall. Woodwall. Zack. Moon. Oh, nee. Ich glaube, da können wir noch nichts bauen. Zumindest sehe ich gerade keine. Chest. Science. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Eieiei, wo sind die Beide? Das würde auch so richtig groß sein. Hm. Acht Blätter und zwei Gold. Hm. Oder Alchemy Engine. Oh. Oh, die können wir aber fast schon bauen. Warte mal. Was fehlt bei der noch? Ähm. Blätter. Ah. Hurra. Wir brauchen dafür... Wir brauchen noch ein bisschen Stein dafür. Einmal Refyte und das gute Holz. Okay. Wir wohnen inzwischen direkt nebenher im Wald, nachdem jemand fleißig gepflanzt hat. Mhm. Abgekehrt davon liegen ein Haufen Blätter neben mir auf dem Boden zu gehen, klar. Egal. Kannst du alle nehmen, wenn du magst. Machen wir mal deine eigenen Blätter. Ich nehme sie dir ruhig. So, das Ding pflanze ich gleich. Nein, nicht droppen. Pflanzen. Hm. Hmm? Bis zum nächsten Mal.